Hallo liebe Pokéfreunde, Ubito wieder hier und es geht mit dem selben Team weiter und ich komme immer besser damit klar. Und zwar wenn ich vorne Stahlobor oder sowas sehe, wechsle ich immer immer in Relaxo als Safe Switch. Und Stahlobor ist im Moment echt oft vorne, wo ich mir schon fast gedacht habe, wieder Sumpex nach vorne zu holen. Bloß Garados ist auch öfter vorne. So, was kommt? Da haben wir das Stahlobor. So, das habe ich die ganze Zeit jetzt so gespielt. Okay, er hat leider einen Meistergriff. Was aber gar nicht so schlimm ist. Das Schlimme ist, dass sein Stahlobor Energie hat. Aber wenn ich Glück habe, ziehe ich hier vielleicht ein Schild. Ja, ich hoffe, er schüttelt. Ne, leider nicht. Ja, Schild bringt dich aber auch nichts. Jetzt kommt der Wuchtschlag. Ah ja, Togekiss. Dann hätte ich Dragoran eh nicht mehr gebraucht. Dann will ich noch den Orkan zünden. Togekiss ist schon ein nerviges Viech. Und den schüttelt er zum Glück. Ich habe einen Schlagbauer ready. Ich muss aufpassen, dass er mich abgängt. Also bis zum nächsten Flammenwurf brauche ich ewig. Wichtig ist immer, dass ich mir sehr viel Energie mal behalte. Aber jetzt bin ich in der Position runterzufahren, ne? Leider hat er auch wieder Attacken dazwischen gekriegt. Aber... Genau. Oh, das ist noch knapp geworden. Genau. Und mit nicht effektiven Attacken runterfahren. Da war Energiemanagement jetzt definitiv sehr, sehr wichtig. Ah, das spielen jetzt im Moment viele. Stahlüber vorne, Togekiss irgendwo hinten gammelnd. Und meistens mit Gerardas noch da drin, ne? Ah, ihr seht. Ja. Drelakso war gar nicht mal schlecht gegen Meistergriff. Ja, weil die Gegner halt wirklich, ähm... Bis das Äußerste farmen wollen, um... Togekiss. Also, nein. Um Dragoran halt zu schädigen. Wobei, Dragoran hat wirklich nur was gegen Meistergriff in diesem Kampf geleistet. Und das war ein Feuerole. Sonst habe ich Dragoran in diesem Kampf gar nicht gebraucht. Aber es läuft mit dem Team. Es läuft mit dem Team. Gegen nächsten Legend, Ukyu Master. Was hast du? Mammut zu vorne. Da gehe ich auch in Relaxo. So, Frage ist, wechselt er jetzt raus? Ja. Leider ein Knackrack. Oh, das ist ein Problem, Team, jetzt. Wo sind die Garados, die man braucht? Als Gute ist, ich mache Ship Damage. Ich werde beide Shippe für Stahlobohr aufheben und hoffen, dass... Oh, ich komme noch zum Bodyslam. Dass ich... Ja, er fädelt nicht. Ich werde hier auch nicht schilden. Was soll ich hier denn schilden? Sandgrab, Erdkräfte? Ich glaube nicht, dass du Wutanfall hast. Und wenn doch, überrasch mich. Erdwutanfall. Okay. Krass. Spicy. So, ich habe aber sehr viel Energie jetzt mit Stahloa, aber trotzdem. Wenn er Garados hat, kann ich rausgehen. Ah, er überlegt. Okay. Ah, das Vieh macht so schon Druck, ne? Und der kriegt Attacken zwischen. Oh ja, lässt es draufgehen? Ja, war klar, dass er Garados... Da hättest du gar nicht, ähm... Ja, wie soll ich das sagen? Ja, braucht er nicht mal schilden. Ich habe zwei Schilde, er hat zwei Schilde. Ja, das Team ist... Ja, ein gutes Konterteam. Kann ich nicht anders sagen. Das war eigentlich ein ganz gutes Konterteam jemals. Weil wäre ich in Stahlo gegangen, wäre auf jeden Fall Garados gekommen. Oder Knackrack. Wahrscheinlich eher Garados. Mit Wuternfall habe ich echt eben gerade gar nicht gerechnet. Hätte ich schilden müssen. Aber die meisten spielen eigentlich Drachenroute... Oh, wieder Pogoboss. Legends-Spieler. Die meisten spielen Drachenroute... Ähm... Hä? Okay. Er geht gegen... Okay. Er geht gegen Dragoran raus. Er geht gegen Dragoran raus. Das ist... Das ist hart. Jetzt kriege ich die ganzen Legends-Spieler leider hier. Okay, er lässt seinen Stahlo-Bot zum Glück drauf gehen. So, dann gehe ich hier rein. Ich muss natürlich hier schilden. Das ist nur die Antikhaft, okay. Okay. Jetzt setze ich ein. Ah, das wird schwierig hier. Jetzt kommt der Schild. Ja, ich muss eh gleich schön. Jetzt muss ich schilden. Und natürlich gibt Dragoran den Boost. Was auch sonst? Ja. 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 Die Attacke ist wichtig. Und natürlich kriege ich Dragoran den Boost. Ich bin schnell hier rüber. Einstellen, den Hieb überlebe ich. Genau. Boah, das war härter, als es sein hätte müssen. Das war gerade härter. Ja, natürlich Dragoran den Boost hat mich noch unter Druck gesetzt dadurch. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Mich wundert, dass er sein Stahlo-Bot nicht geschildert hat. Mich wundert auch, dass er nicht versucht hat, Steinagel abzufangen. Das wundert mich auch. Dass er so eiserne in Togicus drinnen geblieben ist. So, mal sehen, wenn wir mal jetzt kämpfen. Gegen Benjamin S. Super-Sarge... Ne. Super-Sargein-Blue. Ein Dragon Ball Fan. Richtig geil. Oh, Macho mal vorne. Ja. Dich liebe ich vorne. Auf Relaxe abgefangen. Mhm. Da hole ich mir erstmal Energie wieder. Und hier kannst du mit Kraftkoloss von mir auskommen. Kannst du gerne mit Kraftkoloss kommen. Das übersteht hier Rallaxo in der Liga sehr gut. Kannst du aber mit Bodyslams. Das geht auch in Ordnung. Okay. Ich werde hier nicht töten. Ich habe noch Drachenklaue bei Draugran bereit. Wieder. So, jetzt muss ich einsetzen. Das war ganz schlau von dir. Aber... Ja. Ist halt so. Überlebe ich es sogar noch. Das heißt... Die Attacke kommt noch. Ich kann selber drüber wechseln. Ich überlege, ob ich hier schälen sollte. Okay, hätte ich nicht schälen sollen. Kommt Gelachs von mir? Nein. Das Vieh kommt. Und gehen wir hier auf Orkan. Den er natürlich sicher schädet. So. So. Okay, dann kommt trotzdem. Du kannst leider runterfahren, ne? Hm. Hm. Wie sieht es mit der Wechselrohr aus? Oh, ich wollte gerade abfangen. Lieber schäle ich hier das Meta-Ross. Natürlich die Attacke. Kommt von Body Slam. Jawohl. Mhm. Ja, du kannst runterfahren. Das ist das Problem. Das tut weh. Das tut richtig weh. Der Kraftklass. Den überlebe ich zwar. Genau. Und du hast den nächsten. Ich hätte auf Schlagbohrer drücken sollen. Nein. Hat er aber gut gespielt. Hat er gut gespielt. Hat er definitiv gut gespielt. Wie konnte ich das jetzt so vergalgen? Ja, ich hätte nicht die Kampfattacke schälen sollen. Das war mein Fehler. Machi. Ein Hunter-X. Hunter-Fan. Empolion. Das ist spicy. Ich gehe hier rüber. Vielleicht hast du hier jemanden. Ja, ist das Stahlerbohr. Ja, Wutwandfall denke ich easy. Mit Glück kann ich runterfarmen. Den Nassschweif lebe ich noch. Und für Empolion sollte ich eigentlich ein Erdbeam bereit haben. Genau, Nassschweif lebe ich easy. Du kannst in der Regel wegen Dragoran nichts. Oh, du überlebst das hier sogar. Krasse Sache. Und Togekiss. Ja, das sollte ich trotzdem gewinnen. Hier einfach schilden. Hoffen, dass du nicht den Buß kriegst. Hast du nicht gekriegt. Oh, leider ein Bubble-Verpass. So. Genau, jetzt ziehe ich den nächsten Schritt. Muss aufpassen, dass Stahlerbohr nicht reinkommt. Genau deswegen. Genau deswegen. Hier gehe ich sicher auf den Orkan. Den musst du auch respektieren. Und hier müsste ich die Attacke bereit haben, ne? Ja, easy. Easy! Perfekt. Es war knapp, aber... Ja, ich komme mit dem Team mittlerweile zurecht. Ja, der Kampf davor, das ärgert mich. Das hätte ich besser machen können. Aber hey. Das ist ein Spiel und... Mal gewinnt man, mal verliert man. Man sollte sich nie unterkriegen lassen. Wichtig ist... Positive Sets. Und natürlich der leckere Sternstaub dazu. Ein Rizoross. Ich hoffe, dass Rizoross bleibt auch drinne. Rizoross ist immer so nervig zu fangen. Bitte, bleib drinne. Weil die Rizoross in Pokémon Go denken immer, sie wären legendäre Pokémon. Ist wirklich so. Man kann Hyperbälle draufschmeißen mit Bären und Superbälle und es bricht immer aus. Wenigstens gibt es ein garantiertes XL-Bonbon. Und einfach fabelhaft geworfen, es kommt raus. So, bleib bitte drin, Rizoross. Du bist kein legenderes Pokémon. Danke, Rizoross. Und sogar mit einfach fabelhaft. Perfekt. Das gibt EP. So, dann können wir dich verschicken und... Auf 2878 raufgehen. Also, es könnte mit Legend noch werden. Wir haben noch den Kampftag. Ich bleib jetzt bei dem Team. Mein Sumpex hat jetzt übrigens Schlammburger, aber das werde ich dann, wenn ich vielleicht Legend werde, dann so testen. Aber für die Folge soll es das mal wieder gewesen sein. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Tschau.